Hallo Nation, Nuri Shahin hat dies nach der gestrigen Niederlage bestätigt. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Um eine Spitzenmannschaft zu sein, müssen wir Ergebnisse holen und zwar alle drei Tage, sagte Nuri Shahin nach der 1-2-Niederlage bei Union Berlin. Überprüfen Sie Ihre Bewertung. Nuri Shahin, auf der Pressekonferenz es wäre wichtig gewesen, vor der Länderspielpause ein Ergebnis zu erzielen. Es irritiert mich wirklich, dass wir in der ersten Halbzeit so spielen. Es ist völlig menschlich, wenn man nicht alle drei Tage Höchstleistungen erbringt. Aber um ein Spitzenteam zu sein, muss man alle drei Tage ein Ergebnis erzielen. Wir können dies immer noch nicht außerhalb unserer Häuser tun. Auch wenn sie im Spiel nicht glänzen, müssen sie ihr Tor verteidigen und mit dem Stand von 0 zu 0 in die Kabine gehen. Wenn sich die Schere öffnet, wird die Qualität, die wir haben, entscheidend sein. Dann haben wir das Tor geschossen und in den meisten Fällen gewonnen. Basierend auf der ersten Halbzeit können wir von einem verdienten Sieg sprechen. Wir kamen nicht ins Spiel und kassierten zwei furchtbare Gegentore. Die zweite Halbzeit lief für uns deutlich besser, wir hatten viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte und haben Berlin laufen lassen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.